So, dann sind wir wieder hier in unserer schönen Polizeistation. Schauen wir uns hier nochmal alles an. Holzbretter. Alter, kriege ich hier viele Mumpeln. Meryl. Alter. 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 Hey! Aus, fuhu! Ihr seid ein paar böse Zombies. haben wir schon mal gelesen da müssen wir ja alles wieder von vorne auf machen Leon hat doch schon alles aufgemacht Gucken wir mal wie es Marv geht Ach Marv hat auch noch Bock Nein Mann, Mann, Mann. Guck mal, der winkt. Hallo, Marv. Nein, das ist überhaupt nicht witzig. Der Tiefs wird fehlen der Seite. Wer ist das denn? Wie kommt sie da rauf? Ja, der sieht schon sehr freundlich aus, ne? Wieso ist hier kein Speicherpunkt? Bin ich nicht in Ordnung. Das war Licky Lickmann. Der steht auf Zunge. Okay, das bringt doch was. Was ist das? Ah, Werkzeug. Wiespulver nehmen wir auch gerne mit. Das ist noch eine Granaté. Oh, wie geht's das? Okay. Das heißt, wir erst mal noch stehen. Geh mal da hoch. Ach ja, er klappt ja wieder gegen seinen Automaten. Er kaut noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, das sehe ich euch alles noch mal vor. Wir heilen. Werden. Kann ich ja auch. Ja. Komm her, Dickerchen. Hey. Was macht der denn? Kommt sie jetzt rein hier oder er lässt es? Nachladen. Ist das jetzt nicht alles normal vor? Wo er jetzt hier nochmal sein Namensschild. und hier Da. 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 N. E. D. Da. Oh, ein Schnelllader. Das ist doch schon mal viel wert. Du bist still. Der Kopf ist Gulasch. Missed. 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 Gutes. Missed. 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 ist halt auch die alte werte und das dach rüber ein stück kommt schon klar ist immer bis dann so noch einmal da schicke schicke da ja das ist okay so 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 Oh ne, das war ja das Buch um keine Mumpeln. Der Menüpunkt Kostüme wurde hinzugefügt. Über diese Option können Charakter-Outfits geändert werden. Okay. Wenn ich natürlich das Alternative nehmen kann. Wie gesagt, ich werde hier jetzt nichts vorlesen, weil man das ja schon vorgelesen hat. Beim ersten Mal durchspielen. Nö? Ein grober Schießpulver. Wofür habe ich jetzt eigentlich den Bolzenschneider? Tippen wir mal noch hier rüber. Das sind doch da rechts schon nette Leute. Gehen wir mal gucken, ne? Hallo? Ist jemand da? Oh, ich kriege hier einen Granatenwerfer anscheinend. Ja, moin. Ne? Ich bin kein Problem. Ich bin vor allem genau. Hier kommen wir nachher nochmal zurück. Wieso kann man denn hier so viel einsammeln? Ruhe. Nein, ich habe mich da nicht erschaffen. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken. Leons Mitteilung. Lea, ich hoffe du findest das. Hier drin wimmelt es von Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Beschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Tschüss. 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 Tschüss.